Die alte ist immer noch nicht da. Die alte ist... Die ist nicht so schnell, weißt? Die braucht immer ein paar Stunden, bis es kapiert. Ja. Lass mal ein Bounty bisschen lernen. Dass das ein Studium mal besteht. Was will der Schwuchtel da? Ich will da jetzt Bus bauen. Verzieh dich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 3. Mit dem geilen Date immer noch. Mh... Vampir, stell dir mal vor die Beiste. Die hat halt echt Vampir-Zähne, ich glaub's nicht. Geil mit der alten rumgeschlabbert. Mhm. Boah, soll ich probieren, ob ich mit der alten bumsen kann? Bus bauen? Du hast gar kein Doppelbett. Ach, das kriegt man doch hin, Bouncy. Du kannst jetzt nicht... ...das Geld für ein Doppelbett raushauen. Das hab ich schön verdient, ja? Ich mach mein Studium. Ich leih mir das jetzt. Ich bin dein guter Studienkollege, Kailord. Der immerhin sein Studium besteht, dass wir uns später irgendwann mal eine geile Wohnung leisten können. Ich bestehe jetzt auch mein Studium, weil ich einfach nix mehr tue. Der wird das schon schaffen. Das kosten das... Schau mal, das kostet jetzt ein Hunni mehr, das geile Doppelbett. Okay. Obwohl die Bettwäsche überhaupt nicht geht. Was ist denn das für eine unsexy... ...Bettwäsche, bitteschön. Da kannst du doch keine Frau einladen, Junge. Was? Und was haben wir vergessen zu schauen? Natürlich, wir haben vergessen zu schauen, ob die Maus an ist. Egal. Egal. YOLO. Egal. Da waren, glaube ich, so schöne Mustert oder noten. Sowas kann mal los. Ja. Mit Verabredung hier hingehen. Und was ist der Tipp vom Bauernzieher? Die kriegt das entkischt oder nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Jetzt schwänge ich sie am Milch. Romantische Interesse. Ich glaube, so weit seid sie noch nicht. Oberschule der Nachbarschaft. Du solltest weiterlaufen lassen. Stimmt. Und jetzt frage ich mich, wieso sie nicht gekommen sind. Der fliegt mit seinem Fahrrad. Boah, auf eine Party wurde ich eingeladen. Heißt, der Bouncy kommt ja heute Abend mit auf die Party. Ja. Erstmal gucke ich, ob ich mit der Bus bauen kann. So, wie war denn das entspannen? Wo sind die Alde jetzt? Die brauchte ein bisschen länger. Die ist scheinbar nicht so sportlich wie du. Hallo, Alde. Hm. Hm. Hä? Wo ist denn mein Date hin, die Olde? Wo sind die Alde hin? Weiß doch echt nicht. Kann man die eigentlich anzeigen lassen? Ach, die chillt da noch. Kommst du jetzt mal. Äh. Einladen, auf Bett zu knudeln. Ja. Kommt die Alde jetzt mal. Ich glaube, die hellste ist es nicht. Hm. Was braucht der eigentlich, dass er auf seine Party gehen kann? Also, ich erwarte jetzt nur kurz, ob sie kommt. Ansonsten. Was mache ich? Mal kurz gucken. Ashley hält Bouncy für unhöflich. Die Party geht sogar bei uns. Echt? Weil, sehr aufgeräumt alles. Ja. Bouncy könnte lernen. Die Alte ist immer noch nicht da. Die Alde ist... Die ist nicht so schnell, weißt. Die braucht immer ein paar Stunden, bis es kapiert. Ja. Lass mal ein Bouncy bisschen lernen. Dass das ein Studium mal besteht. Was will der Schwuchtel da? Ich will da jetzt Bus bauen. Verzieh dich. Du tust. Du tust. Jetzt kommst du hoch, alle. Kusch'n auf hier. Kusch'n auf, Leute. Bus bauen, aber plötzlich. Bus bauen, aber plötzlich, ja. Keiner fette Busbauer. Ja. So. Da schauen wir mal genau hin, was die machen. Schau mal, ob du mit der jetzt mehr machen kannst. Küssen, gemein, sammeln lernen im Bett. Küssen auf dem Bett. Schau, das geht auch. Rumgeknutschel im Bett. Wie können die sonst nicht viel mehr machen? Ja, die sind scheinbar noch nicht so weit. Da sind jetzt mal ein romantisches Foto auf dem Bett machen. Mach ich auch immer. Ach, ich dachte, die machen das Foto auf dem Bett. Das ist ja langweilig. Ach, Kai. Du findest immer irgendwie voll viel langweilig. Sondern lieber mal aufheuern. Jeder macht sich immer nur ein Snack. Und... Da macht er sich einen Kaffee. Und dann geht er zur Party. Das soll er aber nachher einen Kaffee machen. In der Bauenzimmer. Bisher noch nichts. Ich weiß. Ich weiß, was der Bauenzimmer hat. Bevorstehende Saftparty eingeladen. Der Bauenzimmer tut flitzen. Du gehst auf eine Saftparty. Dein Ernst. Bauenzimmer, der Flitzer. Wenn er schon Studium nicht besteht, will er immerhin als Flitzer bekannt sein. So bleibt der Bauenzimmer für immer in den Köpfen. Als Flitzer. Der tanzt einfach nackt ab. Da darfst du dich auch wieder anziehen. Das reicht wieder. Kai, hör auf, mit meinem Charakter scheiße zu machen. Das macht er doch selber. Ja, nachdem du angeklickt hast. Der hört das mal selber erst wieder auf. Ich weiß nicht, wie lange er das ist. Du kannst auch da oben einfach klicken. Der braucht immer weiter. Das kann nicht wahr sein. Scheint ihm ja zu gefallen. Wo ist er denn jetzt hin? Oh. Jetzt, das klagt, wäre er immer nur nackt gewesen. Ja, ja, die kleine Kai-Lord. Oh. Ach ja, kleiner Kai-Lord. In diese epische Musik. Machen wir andere Musik rein. Indie. So, ich bin jetzt fit durch den Kaffee. Und dann gehen wir auf Party. Badekleidung. Ich gehe auf jede Party. Kommt die Alte mit eigentlich oder nicht? Was mache ich eigentlich da? Beziehungsweise, wo ist die Alte eigentlich? Ja, komm, du Schatz, dass du zockst. Dann tust du mit der Alten halt noch mal ein bisschen rummachen. Und machen zuschauen. Oder wäre er jetzt auf Party gegangen? Wo ist die Party überhaupt? Weiß ich nicht. Ich will jetzt nochmal mit meinem ein bisschen was machen. Guck nur, wo die Party dann ist. Ist da irgendwas auf der Karte markiert? Nö. Nö, nö, nö. Lass mich mal da kurz. Meiner macht sich was zu essen, das ist richtig. Spiel ich doch wieder. Ich kann es halt einfach nicht lassen, ja? Du kannst es nicht ertragen, dass den Charakter untergeht. Der geht eh schlafen. Du gehst halt schlafen, du machst jetzt hier. So war's. Dann räumt es erstmal auf. Dann räumt es erstmal auf. Will sie mich jetzt nicht beim Kaffee ringen zuschauen. Ja, jetzt räumt er auf. So ist gut. Was macht meiner jetzt, während du aufräumst? Lass mich mal schauen. Fernseh schauen. Das passt schon. Das ist ganz gut. Und deiner hat ein Fernseher. Säubern. Ausleeren. Säubern. Rumbasteln. Na ja, schaut es doch hier schon mal wieder ordentlich aus, oder? Ja, und jetzt haben wir zwei. Jetzt muss ich mal gucken, ob der Meiner nicht langsam die Lebenskrise kriegt. Weil er müde. Ne, der hat noch den Kaffee drin. Und wo ist er denn jetzt überhaupt? Im fremden Bett. Ich will ja per Moment, dass eine alte. Wo ist denn die alte eigentlich? Herbeirufen die das damit? Gucken wir erstmal, ob der stimmt. Ein Vampir muss doch eigentlich nicht pennen. Weiß ich nicht. Das wäre eigentlich das ideale Leben für einen Bouncy. Da könnte der ganze Nacktmacht hacken. Näh, 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 näh. Wahrscheinlich, weil das noch nicht das als Besitzer festgelegt hat. Kann man da eigentlich zwei Besitzer festlegen? Probier's halt. Weiß auch sicher, ob sie bei mir im Bett nam pennt. Wieso erhalte ich ein Taschenbuch? Oder tut die das? Ich glaube, das ist das Schosszimmer von der Alten, oder? Ja. Dann pennt du natürlich hier. Hallo? Kann da Bouncy das geile Doppelbett haben. Ich hab mit meiner Alten hier oben ein Zimmer allein. Ja, das quälten kann ich jetzt wieder, gell? Pff, reiche Frau abschleppen, hallo? Mhm. Ja, dann. Schau mal, was meiner macht. Klick mal auf meine, dass meine ausgehört ist. Meiner geht wahrscheinlich jetzt schlafen. Okay, dann ist die Küche doch noch nicht ganz aufgerundet. Ja, das hat er schon auch selber ausgelegt. Aber, da Bouncy, der ein nächstes Bett ja hier haben. Im Bett von Holly schlafen. Schau mal. Kann nicht da Bouncy sogar ein Schreibtisch hinstellen. Ich hab ja jetzt eine Alte. Ja, theoretisch. Will das da Bouncy machen? Ein Schreibtisch. Was machen wir stattdessen? Einfach... Ja, einfach... ...an alten klapprigen Schreibtisch mit. Aber die PCs sind so teuer. Ne, ein Budget bauen wir nicht. Kaufen wir später vielleicht mal. Mit einem einfachen Stuhl. Dann kann er Bouncy mal lernen. Genau. Ich hab ja... Jetzt hat er auch ein neues Zimmer hier. Und was träumt er denn? Von Ballons. Mhm. 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 Ja, aber unsere Folge ist wiederum. Das wollte ich euch grad schon sagen. Das war... Das ist jetzt grad so viel passiert vorm Folgen. Ende wieder. Ja. Also wir sagen... Möp. Auf Wiedersehen. Jawoll. Tot zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.